Und was, was, was hast du für ein Problem hier? Hallo AJ. Eine weitere Geiselrettung. Meine Freunde, die haben sie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die haben sie versklavt. Bitte, rette sie. Ich hol sie zurück. Alles klar, eine kleine Nebenaufgabe haben wir auch neben der Hauptaufgabe. Sehr schön. Wenn ich aber sehen würde, wo sie sind... Was ist eigentlich mit diesem blöden Plakat hier? Ja, mit. Irgendwo da oben. Jetzt habe ich richtige Eisenpfeile. Schlagen wahrscheinlich durch richtig gute Panzer rum. Okay. Sehr schön. Hier hört Ravi Railrunner vom Center 5S Privat. Okay, Leute, ihr wisst, was ich über Parga-Means-Administration denke. Und wir wissen alle, was ich mit dem Begriff meine. Die Unerziehungslage, die Zwangsarbeit, die Brutalität der Royal Army und vieles mit. Doch für Auszählungen haben wir keine Zeit. Lasst uns also über die Waffenverbrechen von Parga-Means sprechen. Ich meine, seine Verbrechen der Mode gegenüber. Sag mal, Parga, bist du schwul? Was ist das für eine Frisur? Was sind das für Anzüge? Und diese Schuhe? Ich weiß nicht, du solltest ein diabolischer Anführer mit grenzenlosem Reichtum sein. Und siehst aus, als würdest du beim Ausverkauf vom Faschingsverein shoppen. Alles klar? Nichts passt zusammen, nichts funktioniert. Hier mal eine Empfehlung von mir für dich, okay? Überdies einfach alles, was du trägst, mit Benzin und verbrenn den ganzen List. Vorzugsweise, während du es noch trägst. Lass mich wissen, ob das für dich okay ist, mein Freund. Und jetzt weiter mit Musik. Oh je, dieser Radiosprecher wird auch bald hingerichtet, wenn es so weitergeht. Er sollte sich zurückhalten. Okay. Hm. Hier sind die Geiseln. Alles klar. Dann befreien wir sie mal. Ja, damit kann ich richtig jagen gehen. Wie weit so ein Pfeil wohl fliegt? Nein, 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 nein. Das hast du jetzt nicht wirklich vor, du gondes Viech. Trommisch. Okay. Schön durchspannen. Oh, schoß. Erledigt. Da oben ist noch einer. Warum schlagen sie uns immer? Es gibt keinen Grund. Ich befreie euch. Ich bin da, um euch zu befreien. Die Leichen werden hier nicht gefunden. Was steht denn da? Mein Beethaus. Ah ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Jeden Tag kommt mehr Soldat von eurem Arten. Ich bin da. 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 Du scheinen blind zu sein. Hallo? Was ist die letzte Wache? Dort drin ist keiner. Hey, was? Fuck. Shit. Das war's. Junge, Junge. Hey, was macht er denn? Nein, nein. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte das Schwein hier. Ah, geht gar nicht. Alles klar. Was hast du dabei? Er hat mich gerade noch gesehen. Ah, schon Wache erledigt. Kannst du uns bitte loswinden. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Ja, hier. Bitte. Nimm das für unsere Rettung. Nimm das als Dank. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich jetzt tot. Danke. Ich bin hier sehr dankbar. Kein Problem. Ich werde nie wieder rausgehen. Kein Problem. Dafür bin ich da. Das ist alles, was ich habe. Nimm es bitte. Okay. Hier sind noch irgendwo Kisten. Ich wollte jetzt gerade das Adler-Auge aufmachen. Anmachen hier. So wie bei Assassin's Creed. Aber das gibt es ja nicht. Okay, habe ich die Piste gefunden. Ja. Niemand hat es verdient zu sterben. Außer die Royal Army. Okay. Jetzt zu unserem Auftrag. Der etwas weiter weg ist. Aber vielleicht gibt es hier ein Fahrzeug. Oh, ich habe nur vergessen, jemanden zu befreien. Sorry. Du kommst natürlich auch rein. Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Waren das jetzt alle? Ja, das waren alle. Okay. Liegt hier noch irgendwo mein... Ah. Dann komm her. Boah, der schluckt aber viele Pfeile. Diese Büffel. Gleich mal her damit. Jackfell. So, Jacks sind das also. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Ich kann nicht was draus bauen. Schon wieder fast voll. Immer voll. Ey, das gibt es doch nicht. Das ist voll nervig, man. Nur ein bisschen Jackfell mit und schon voll. Die waren auch so Schweine. Die waren doch da unten. Sehr, aber... Ach, doch, da. Perfekt. Dann hole ich mir jetzt hier so ein Schwein noch. Damit ich meinen Beutel verbessern kann. Jawohl, zwei Stück... Was? Wow. Die Adler sind hier doch ganz schön aggressiv. Ja. War ja jetzt klar. Aber schauen wir mal. Stimmt. Wir können schon was herstellen. Jawohl. Ein weiterer Halfter. Jawohl. Ein Waffengurt. Jetzt brauchen wir was. Honigdachsfell. Oh je. Können wir noch was herstellen? Köcher. Doch. Sprengstoffe. Ne. Ah. Wurfgeschosse. Jetzt können wir mehr... Granaten und so tragen, oder? Oder vielleicht auch Wurfmesser. Cool. Kann man noch was herstellen? Da steht noch was. Weil ich sehe es jetzt gerade nicht. Ne. Können wir nicht. Aber da steht hier so ein Ausrufezeichen. Das heißt, ich kann noch was herstellen. Geht vielleicht... Geht das irgendwie runter oder so? Ne. Ne. Also gut. Wie stellt man eigentlich hier so... So... Pflanzen her? Das würde mich auch noch interessieren. Fortschritt. Ne. Brauchen wir nicht. Pflanzen. Ne. Gut. Sammlung. Nein. Taktik. Dann gucken wir mal noch Fertigkeiten. Wurfmesser tag down. Und... Das klingt gut. Kostet zwei. Ja, dann machen wir das mal. Und... Konzentriertes Fahren. Ja, warum nicht? Sehr schön. Gut. Stichwort. Konzentriertes Fahren. Ab. Ja und ab. Das ist der nächste Mischi. Woa. Boah. Oder wir fliegen ein bisschen Drachen. Auch nicht. Über den Wolken. Vor allem bei diesen geilen Bärden. Das wird richtig Hammer. Und los. Was? Woa. Unten ist auch ein Dorf. Ach nein. Das ist der Außenposten. Ah, okay. Okay. Was ist das? Was ist denn das da unten? Das ist ja... Ein Hubschrauber. Okay, jetzt muss ich doch mal kurz da runter. Woa. Woa. Ein Hubschrauber, verdammt nochmal. Geil. Cool. So ein kleiner... ...Kopp da ist das. Das ist ja fett. Kann ich auch von dem schießen? Cool. Von dem kann man auch ausschießen. Das ist ja richtig cool gemacht. Was zum Teufel? Was? 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 Was heißt das? Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Wow. Ach, das Ding ist ein bisschen im Eimer. Okay, ich verstehe. Aber Sprit braucht das jetzt nicht, oder? Aber wer weiß. Da hinten ist auch ein Außenposten. Wo man das einnehmen muss. Oder besser gesagt hier wieder so ein Funktur. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg hierhin. Okay. Ich bin nicht mehr weit entfernt. Wenn Sie mich natürlich hier rumfliegen sehen, dann sind Sie gleich gewarnt. Das Lager des Goldenen Pfarrs. Wenn es ein Lager ist, dann kann ich ja da landen. Biete den Rebellen deine Dienste an. Okay. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr für Amita entscheiden. Ist das jetzt bei Amita irgendwie verzockt, oder was? Das wäre schade. Bestens ich lande hier. Landau. Yeah. Hallo, Freunde. Ist hier vielleicht auch ein Laden oder so? AJ. Wow. Schön, dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Nimm dir die Minen oder geh in das Geschütz. Zeigen wir es denen. Okay. Hier wurde es durch. Okay. Jäger sind leise und tödlich. Oh, und haben Pfeile. Und ja, ich bin auch ein Jäger. Sie können Raubtiere beschwören. Was? Oha. Okay. Dann wird das jetzt ein harter Kampf. Leite dich vor. AJ. Schön, dich zu sehen. Wieso kann ich die Minen nicht nehmen? Wo ist das Geschütz? Schnell, wir werden bald hier sein. Jaja, ich lass mal meinen Bogen hier. Wir sind bald lieber. Das ist besser wahrscheinlich. Wie sieht's hier aus? Exklusiv ist hier. Warum nicht? Die können von überall kommen. Okay. Wo ist das Geschütz? Wo ist das Geschütz? Verdammt, die kommen gleich. Und ich hab keine Ahnung, wo das Geschütz ist. Ach da. Es sind Jäger. Hier. Der Feind ist hier. Alles klar. AJ, die sind schnell, um sich hier aufzumachen. Hütte sie. Ich bin schon dabei. Keine Gnade. Aus dem Westen. Feind lokalisiert. Wo? Wo? Und du bist Feind. Zieh den Haus zu. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich mach bessere Ding an die Schweine. Oh, was? Verdammt. Ah, ah, ah. Nein, wie schnell. Oha. Oh, voll von der Seite. Verdammt, damit hab ich nicht gerechnet. Ich hab gedacht, die kommen nur von vorne. Okay. Erstmal mach ich was anderes. Ich nehm mich die Minen eigentlich. Ich hab euch auf alles gefasst. Auch die Minen. Gib mir die Minen. Vermiene ich hier alles. So sieht es aus, wir bräuchten eine Extratasche dafür. Hey, ihr habt ihr gefehlt? Keine Scheiße. Schneller. Sie werden bald hier sein. Okay. Diesmal bin ich, ob sie vorbereitet. Sie kommen also von allen Seiten. Mach es! Denk dran. Die können von überall kommen. Ja. Ich denk dran. Wenn sie durchsiebeln. Lauf, Junge, lauf! Es sind Jäger. Da kommen Jäger. Ja, lass sie kommen. Sie schicken Jäger. Verschwende keine Zeit. Schieß einfach sofort. Wenn ich sie seh? Auf jeden Fall. Er schießt da. Ja, ja. Schneller, schneller. Sehr schön. Da oben sind auch Wecke. Erledigt. Vorsicht, Vorsicht. Nein. Lass den Feuerpfeil weg. Was machst du da? Was denn? Ich schieße auf Feinde. Was glaubst du, was ich da tue? Okay. Wo ist der Letzte? Ja, er rennt. Lauf nicht weg! Komm her, du kleiner Jäger! Okay, wenn du nicht kommst, dann hole ich dich. Von der Seite auch. Ja, durchlöchert sie. Los! Mit ihrem Pfeil und Bogen können sie sowieso nichts. Verdammt! Alter! Unglaublich! Verdammt! Schmeiß eine Granate hoch! Du steigst dir dein Gedärm! Jawohl! Ich glaub, wir haben ihn. Und was das, wofür wir kämpfen! Da sind noch welche! Und wir leben noch. Jawohl. Das ist selten, wenn man auf Jäger trifft. Aber das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Ein Adler. Ah, die Federn kann ich gleich mal mitnehmen. Du bist die Kugel nicht mehr! Was geht ab? Die kämpfen ja noch immer. Sind da noch mehr? Ich komm, ich komm! Ja, Mann. Erledigt sie alle! Oh, Fälle. Nehme ich noch mit. Viel Kohle. Wow! Du wolltest dich anschleichen, ja? Verdammt! Was zum Teufel? Verfluchte Schlange! Scheiße! Das ist Gift. Stört, du Drecksack! Ah, daneben! Das war der Baum! Verdammter Schieler! Ja, ich hab ihn erwischt. Okay. Das Wolfsfell, kann ich das noch mitnehmen? Ja. Fack. Okay. Was hat der? Ein Kondom hat der dabei gehabt? Äh. Du musst recht aufpassen. Diese verdammte Schlange noch nicht. Äh. Ja. Nicht. Verdammt, sie haben es nicht geschafft. Alle tot. Und. Mist. Da oben ist noch einer. Einer hat überlebt. Nein, zwei. Los, Leute. Überfallen wir das Camp und holen es uns zurück. Ich drücke vor. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Kann ich das Messer nehmen? Nein. Wir haben hier ja regelrecht alle hier geschlachtet. Ich muss gucken, dass ich den Bogen kriege. Das ist mein Bogen. Das ist mein Bogen. Das ist mein Bogen. Nein. Ich treffe den haben wir nicht. Nein, ich hab den. No, ich hab den falschen erwischt. Oh, ein Bär. Oh, fuck. Hey, lass mich in Ruhe, Bär. Ach, komm schon, Bär. Ich hab auch Fleisch. Okay. Will ich den Bären entkommen? Na, komm. Wer ist der bessere Schütze? Du oder ich? Ah, fuck. Fuck, Bär. Fuck, Bär. Fuck, 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 Bär. Lass mich in Ruhe, Bär. Nein, verdammter Bär. Scheiße, scheiße, scheiße. Hey, Mann. Jetzt reicht's aber. So, jetzt komm raus, Bär. Und erledige alle. Und erledige nicht mich. Warum geht der Bär auf mich los? Lass mich in Ruhe, Bär. Am besten, ich versteck mich hier drin. Da findet mich der Bär nicht. Oh, nein, 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 nein. Was? Der brennt ja. Nein. Ach, komm. Drecksbär. Alter, ist er übertrieben. Ich muss diese scheiß Jäger platt machen. Mit einer schönen Granate. Kabom. Hä? Drecksjäger. Ja. Da ist der andere Jäger. Komm, Bär, komm, Bär, raus. Kümmere dich um die. Aber nicht um die Jäger. Ach. Jetzt sind alle Jäger tot. Komm doch her. Komm doch her mit deinem Küchenmesser. Au. Uah. Okay, das war ein bisschen zu übertrieben grad. Junge, Junge. Junge, war das heftig. Der Bär rennt da unten noch rum. Oh, oh. Nein, nein. Böser Bär. Nicht viel Muni hab ich noch. Yeah, ich hab's geschafft. Alles klar. Was? Karma-Punkte. Umso mehr ich helfe, umso mehr steigt mein Ansehen wahrscheinlich. Und dann fällt auch der Preis der... Ah, Waffen, auch nicht schlecht. Junge, wie viele hier tot sind.